Die frühwinterliche Wetterlage bringt Gefahren mit. Sich einerseits glättet durch gefrierende Nässe und durch den Schnee und andererseits werden Bäume umgerissen durch die enorme Schneelast. An einigen Bäumen hängt ja immer noch relativ viel Laub. Und das ist problematisch, wenn es heftig schneit. Und heftiger Schneefall ist weiterhin vorprogrammiert. Die Polartiefs ziehen jetzt reihenweise über uns. Das ist hier die Wetterlage des Dienstags mit dem nach Südosten abziehen Polartief. Dahinter Kurzwetterberuhigung. Aber hier steht schon der Nachfolge über der Nordsee. Und dieses Tief wird am Mittwoch zum Mittag exakt über Mecklenburg-Vorpommern zum Liegen kommen. Hier sieht man, die Pfeile drehen sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Hier liegt das Tiefdruckzentrum und hier wird es auch den meisten Schnee geben. Zuvor wird es in der Nacht zum Mittwoch erstmal die abziehenden Schneewolken hier im Südosten geben. Dann mal kurz Wetterberuhigung und dann kommt eben das nächste Schneetief. Genau zum Berufsverkehr hier vor allem Mecklenburg-Vorpommern rüber bis zur Nordseeküste. Reichend heftiger Schneefall. Da werden einige Zentimeter in kurzer Zeit runterkommen. Im Lauf des Tages wird das Schneefallgebiet langsam südostwärts vorankommen. Im Westen Deutschlands ist teilweise dann auch Regen dabei. Also in der Nacht erstmal der abziehende Schneefall. Kurz Wetterberuhigung. Und dann das neue Schneefallgebiet. Es droht Glätte auf den Straßen. Eben durch den Schnee und durch gefrierende Nässe bei leichtem bis mäßigem Frost. Am Vormittag heftiger Schneefall. Vor allem rund um Mecklenburg-Vorpommern im Westen teilweise auch Tropfen mit dabei. Im Süden hingegen ganztags freundlich und trocken. Speziell an den Alpen viel Sonnenschein. Ähnlich an der Nordseeküste. Das Ganze bei Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Das Ganze bei Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt.